Was sind die Gefahren von Übergewicht bei Jugendlichen? Viele Menschen unterschätzen die Gefahr von Übergewicht bei Jugendlichen und begründen, dass die bei Adipositas, wie Herzerkrankungen, häufig auftretenden Krankheiten bei Kindern recht selten sind. In Wirklichkeit haben Kinder jedoch ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen, Diabetes, Blutdruck Probleme und andere gewichtsbedingte Erkrankungen, wenn sie mit normalgewichtigen Altersgenossen verglichen werden. Darüber hinaus neigen fettleibige Kinder wahrscheinlich zu den gleichen Lebensgewohnheiten und bleiben fettleibig wie Erwachsene, wodurch sich das Risiko für Gesundheitsprobleme erhöht. Die Fettleibigkeit bei Jugendlichen wird normalerweise anhand des Body-Maß-Index gemessen. Diese Zahl wird berechnet, indem das Gewicht des Kindes in Kilogramm durch die Höhe in Quadratmetern geteilt wird. Da männliche und weibliche Kinder unterschiedlich schnell wachsen und eine unterschiedliche Körpermasse erwartet wird, hängt der für Kinder als normal geltende Körpermaßen-Index vom Geschlecht und Alter des Kindes ab. Die Körpermaßen-Index-Messung wird dann mit den Perzentilen verglichen, die von den Zentren für Krankheitskontrolle und Vorbeugung festgelegt wurden, um zu bestimmen, ob das Kind als fettleibig gilt. Die CDC qualifiziert Kinder mit einem Body-Maß-Index von mehr als dem 95. Perzentil als fettleibig. Der Anteil übergewichtiger und fettleibiger Kinder nimmt stetig zu. Zusätzlich zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Bluthochdruck sind adipöse Kinder aufgrund des Übergewichts, das der wachsende Körper tragen muss, auch anfällig für Schlafapnoe und Gelenk- oder Knochenprobleme. Obwohl diese Krankheiten am häufigsten mit Erwachsenen in Verbindung gebracht werden, sollten Eltern oder Erziehungsberechtigte von adipösen Kindern die Risiken von Fettleibigkeit bei Jugendlichen nicht unterschätzen. In der Kindheit fettleibig zu sein, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind in einem früheren Alter die Pubertät erreicht oder Atemprobleme wie Asthma entwickelt. Selbst wenn das Gewichtsproblem das Kind nicht nachteilig beeinflusst, führt das Versagen, das Übergewicht vor dem Erwachsenenalter nicht zu verlieren und den Lebensstil drastisch zu verändern, zu einem sehr hohen Risiko für die Entwicklung von Gesundheitsproblemen. Psychologische Probleme und Probleme mit dem Selbstwertgefühl betreffen Personen, die als Kinder übergewichtig waren, wahrscheinlich aufgrund des neckenden und sozialen Stigmas, das mit Fettleibigkeit bei Jugendlichen verbunden ist. Manchmal kommt diese Hänselei und Diskriminierung nicht nur von Gleichaltrigen, sondern auch von der Familie des Kindes, was zu einer sehr ungesunden häuslichen Umgebung führt. Dies kann dazu führen, dass das Kind ernsthafte Unsicherheiten entwickelt und möglicherweise depressiv wird. Das Erlernen ungesunder Ess- und Bewegungsgewohnheiten zu Hause kann dazu führen, dass das übergewichtige oder fettleibige Kind eine Essstörung entwickelt, um das zusätzliche Gewicht auszugleichen und zu verlieren.